ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren video heute hier auf meinem kanal und heute ja ist es soweit das jahr 2021 endet und wir haben morgen das neue jahr 2022 anlässlich zu silvester habe ich jetzt hier ein video für euch gemacht wo wir uns noch mal anschauen was wir alles dieses jahr hier bei wie wie gesehen haben ich fasse noch mal mehr oder weniger das wichtigste für euch zusammen an drops aber natürlich auch an events die wir dieses jahr hier alle hatten es war meiner meinung nach wirklich ein sehr sehr erfolgreiches jahr wie wie ist das erste jahr wirklich voll und ganz gelaufen und ich muss sagen sie haben wirklich einiges geschafft und wir haben tatsächlich auch wirklich einiges hierbei wie wie gesehen und das schauen wir uns jetzt heute noch mal an wünsche natürlich jedem der jetzt hier das video schon nach silvester schaut ein wirklich frohes und gesundes neues jahr ich hoffe dass ihr ein sehr sehr gutes jahr habt dass ihr jahresvorsitz hat die auch umsetzen können was zum beispiel wie wie betrifft aber natürlich auch euer privatleben betrifft und ich hoffe natürlich auch dass euch es gut geht und dass eure familie gut geht und dass ihr dieses jahr für euch persönlich auch abreißen könnt ich persönlich werde das beste hier auf jeden auch auf meinem channel tun und ansonsten würde ich sagen schauen wir uns jetzt mal an was wie wie uns hier dieses jahr so alles geliefert hat und dann bin ich hier noch ein bisschen um über die Untertitelung des ZDF, 2020 Dann haben wir hier nochmal eine sehr, sehr coole Übersicht von dem Lieben am Nord, Shure. Und zwar sind hier alle Collectibles, die dieses Jahr rausgekommen sind, beziehungsweise insgesamt rausgekommen sind. Denn hier oben ist zum Beispiel auch Todd dabei. Und da sieht man, es ist wirklich eine ganz schön große Palette, was hier an NFTs alles gedroppt ist. Es sind wirklich weit über 100 Collectibles, die hier gedroppt sind. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Übersicht, um einfach mal zu veranschaulichen, was Vivi hier dieses Jahr alles gedroppt hat. Und das war es jetzt mehr oder weniger mit den Collectibles. Ich hoffe, das hat euch nochmal so ein bisschen veranschaulicht, was wir dieses Jahr alles hier gesehen haben bei Vivi. Und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich extrem, extrem krass, was wir dieses Jahr alles noch gesehen haben. Und jetzt auch noch diesen Dezember alles gesehen haben. Das ist wirklich unglaublich. Und ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass wir noch so viel sehen an Collectibles und so weiter und so fort. Und ja, 2020 kann nur besser werden. Es wird noch viel, viel größer. Und ihr habt jetzt schon gemerkt, das ging schon jetzt echt ziemlich lange. Und es wird noch so viel mehr geben an Drops. Teilweise aber noch ein bis zwei Wochen. Teilweise zwischen diesen Drops am Anfang. Und das wird jetzt definitiv nicht mehr so sein. Wir werden mehrere Drops pro Woche haben. Und das wird uns auf jeden Fall hier extrem ausfüllen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist dann halt auch wirklich für jeden etwas dabei. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch wirklich das Beste für dieses Jahr 2022. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Medium-Artikel an. Welche Sachen wir denn dieses Jahr alles gesehen haben an Updates zum Beispiel. Aber zum Beispiel auch an Licensern. Und jetzt habe ich den Teil dabei, was wir alles dieses Jahr hier mehr oder weniger bei Vivi gesehen haben. An Artikeln, an wichtigen Artikeln, die uns auf jeden Fall nochmal zeigen, was Vivi hier dieses Jahr eigentlich gemacht hat. Als allererstes haben wir hier Welcome Immutable X. In dem Fall ist Vivi eine Partnerschaft mit Immutable X und dem Layer 2 für NFTs eingegangen. Was auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt war momentan. Die Phase 2 ist ja jetzt abgeschlossen und die Phase 3 beginnt jetzt im Januar. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Und wir werden mit Immutable X auf jeden Fall einen sehr, sehr großen und auch sehr, sehr wichtigen Schritt machen. Dann haben wir den nächsten sehr wichtigen Artikel im Juni bekommen. Und hier haben wir die Kollabo mit Marvel bekommen. Vivi X Marvel war mehr oder weniger eigentlich so eine Art Testphase für Disney, was dann später auch noch kommt. Und hier haben wir auf jeden Fall die ersten Drops dann auch von Marvel gesehen mit dem Amazing Spider-Man und dann auch mit dem ersten Marvel Comic Hashtag 1. In dem Fall beides auf jeden Fall sehr erfolgreiche Collectibles auf Vivi. Beide sind im Preis auf jeden Fall extrem gestiegen. Und insgesamt Marvel liefert uns hier wirklich eine ganze Palette an Collectibles wie auch Comics. Und was auf jeden Fall Vivi hier ziemlich ausfüllt. Insgesamt kann man sagen, ist Marvel auf jeden Fall mit einer der wichtigsten Leicenser, unter anderem hier bei Vivi neben Disney zum Beispiel. Und gibt uns hier wirklich eine Menge Value mit rein. Und wir haben ja auf jeden Fall durch Marvel noch mal einen extrem großen Boost bekommen. Ich persönlich habe tatsächlich auch Marvel so ein bisschen als entscheidenden Punkt gesehen. Denn für mich war es der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hey, wenn Marvel da drin ist, dann muss ich da auch rein. Und dementsprechend bin ich dann doch mehr reingegangen, was das Finanzielle zum Beispiel angeht. Ich hätte es, glaube ich, sehr bereut, wenn ich damals nicht eingestiegen bin. So habe ich auf jeden Fall mir das ein oder andere Collectible dort schon sichert können. Dann hatten wir den nächsten sehr wichtigen Artikel im September. Und zwar hier wurde es möglich, die Comics im AR-Modus zu lesen. Das heißt, dass ihr eure Comics wie auch Collectibles im AR-Modus lesen könnt. Das heißt, es wurde dann dort verfügbar, dass man sozusagen seine Comics in Augmented Reality auf sein Handy sozusagen sehen konnte. Und dann sozusagen in Augmented Reality sein Comic lesen konnte. Ein extrem cooles und wichtiges Feature, was auf jeden Fall hier für die Comics extrem entscheidend ist. Denn das macht hier auch auf jeden Fall noch mal einiges aus, ob man sich ein Comic holen sollte oder nicht. Denn so ist es auf jeden Fall für jemanden, der das Ganze lesen will, deutlich angenehmer und deutlich attraktiver, hier sich auf jeden Fall ein Comic zu holen, um das Ganze dann auch wirklich in Augmented Reality lesen zu können. Ein entscheidender Punkt, wie gesagt, auf jeden Fall für die Comics, was auf jeden Fall den Comics noch mal einen besseren Wert gibt auf Vivi. Dann haben wir direkt auch noch im September einen richtig großen Licenser mit dazu bekommen. Und zwar haben wir hier Welcome James Bond, in dem Fall MGM und Aeon Studios. Und das sind auf jeden Fall beides keine kleinen Unternehmen und auch 007 bzw. James Bond 007 ist kein kleiner Film. Und ich muss persönlich auch sagen, mit James Bond haben wir hier auf jeden Fall, glaube ich, auch noch mal einige Leute dazu bekommen. Ich glaube aber nicht, dass es so der größte Treiber war jetzt hier bei Vivi, der irgendwie das Ganze ausgelöst hat, dass die Zahlen noch umgegangen sind. Sondern ich denke eher, dass das halt so ein bisschen nebenbei war. Trotzdem auf jeden Fall ein extrem cooler Licenser und mit MGM haben wir tatsächlich auch mehr oder weniger fast eine direkte Verbindung zu Amazon. Denn MGM gehört tatsächlich Amazon und das ist extrem interessant, denn so haben wir jetzt mehr oder weniger auch eine indirekte Verbindung zu Amazon. Und das ist auf jeden Fall für die Zukunft extrem wichtig. Und so bekommen wir wahrscheinlich auch in Zukunft noch viele, viele andere Filme von MGM hier auf Vivi zu sehen. Außerdem haben wir mit dem Film No Time To Die hier etwas ganz Exklusives gesehen. Und zwar haben wir hier das erste exklusive Filmticket auf Vivi gesehen. Insgesamt gab es davon sieben Stück und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Daran konnte man teilnehmen an einem Job. Es gab insgesamt sieben von diesen Karten, von diesen Eintrittskarten für sozusagen ein Kinobesuch. Und damit hat man dann sozusagen, wenn man in Amerika war, auch daran teilnehmen können und das Ganze hätte ziehen können. Wir in Europa waren hier leider nicht daran beteiligt. Ich hoffe aber mal, dass das vielleicht mit den nächsten Filmen dann hier auch für Europa verfügbar wird. Dann haben wir hier zum Anfang des Monats ein sehr, sehr interessantes Event gehabt. Denn Vivi war unter anderem bei der New York Comic Con vertreten. Und hier war natürlich auch Marvel mit am Start. Hier haben wir Collectibles von denen gesehen. Zum Beispiel hier in dem Fall Modern Marvel Series 3 mit dem Spider-Man, den ihr hier seht. Dann haben wir einmal Daredevil Hashtag 1 das Comic dort gesehen. Unter anderem haben wir hier dann den Marvel Mighty gesehen. Und Thanos Hashtag 13 haben wir unter anderem auch gesehen. Auf jeden Fall alles sehr, sehr interessante Jobs. Und die Comic Con war halt auch mit einer der ersten Events, wo Vivi wirklich direkt vertreten war. Auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Event für sie, um Präsenz zu zeigen. Und wir hatten dieses Jahr tatsächlich ja noch ein zweites Event, was sehr, sehr groß war. Dazu jetzt aber später mehr. Dann hatten wir wirklich hier einen unfassbaren Licenser dazu bekommen. Und zwar haben wir hier nämlich zum Disney Plus Day die Ankündigung bekommen. Disney X Vivi. Und das ist ein extrem bullisches Signal für Vivi gewesen. Insgesamt der größte Licenser überhaupt, der hier dazu gekommen ist. Wir haben nämlich mit Disney unter anderem Pixar, Marvel, Star Wars und ganz, ganz, ganz viel mehr noch dazu bekommen. Und deswegen ist und bleibt diese Kollabo hier wirklich auch die wichtigste für Vivi. Momentan vermutet man ja tatsächlich auch, dass Marvel mehr oder weniger nur vorgeschickt wurde, um einfach mal zu schauen, okay, hey, ist denn da überhaupt Profit realisierbar? Das Ganze hat extrem krass geklappt. Und deswegen hat Disney wahrscheinlich dann gesagt, okay, hey, wir steigen komplett rein mit ins Boot bei Vivi. Und dementsprechend ist das Ganze dann hier entstanden. Insgesamt gab es dann hier die Golden Moment Collection mit Disney. Und ja, das war auf jeden Fall extrem, extrem krass. Da haben auf jeden Fall wirklich extrem viele Leute mitgemacht. Ich glaube, insgesamt sind in diesen Tagen um die 300.000 neue User dazugekommen, beziehungsweise 20.000 bis 30.000 Leute sind täglich dazugekommen. Wir haben auch einen Artikel von Sky darüber gesehen, dass Disney und Vivi zusammenarbeiten. Es gab wirklich extrem viele News darüber. Und Vivi hat dadurch auf jeden Fall extrem viel Aufmerksamkeit gesammelt. und auch bekommen, was auf jeden Fall extrem wichtig war. Und das hat man auch tatsächlich an den Jobs gemerkt. Es war wirklich, wirklich schwer, an den Jobs teilzunehmen. Und der erste Job war auch ein direkt erster, richtiger Fail. Denn dort war irgendwie die App dann plötzlich down. Und Vivi hat einfach nicht mit diesem Anstorben gerechnet. Und das zeigt ja schon mal auf jeden Fall, wie angesehen in dem Fall Disney hier auch ist. Und wie viele Leute dort auch wirklich was haben wollten. Insgesamt kann man aber abschließend dazu sagen, Der Disney-Plast, der war auf jeden Fall wirklich extrem wichtig für Vivi und natürlich auch profitabel für Disney. Dann haben wir außerdem jetzt im Oktober hier noch das Vivi Master Collector Program gesehen. Und zwar haben wir hier einmal einen Überblick bekommen, was Vivi denn so vorhat. Dazu muss man jetzt aber sagen, das ist tatsächlich nur der erste Entwurf gewesen. Wir haben schon mittlerweile ein Update bekommen dazu. Man kann aber sagen, dass wir hier auf jeden Fall damit schon mal einen ersten wichtigen Schritt gemacht haben in Richtung MCP. Denn wir haben hier immerhin schon mal ein Programm von Vivi vorgelegt bekommen, was zum Beispiel jetzt eigentlich in Planung ist und was zum Beispiel eigentlich nicht rein soll. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, dass man hier auf jeden Fall uns auch die Möglichkeit gibt, als Community dort mit zu intervenieren und zu zeigen, hey, das und das wollen wir, das und das nicht. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Strategie hier von Vivi. Dann ist der November angebrochen und hier haben wir wirklich auch wieder einen super krassen Licenser dazu bekommen. In dem Fall haben wir die USPS dazu bekommen. Die USPS, ganz kurz zusammengefasst, ist mit einer der größten Postdienstleister überhaupt in Amerika und ist extrem, extrem groß, hat auch extrem viele Filialen in Amerika und ist halt wirklich einfach, wie gesagt, sehr, sehr groß. Das Ganze ist aber nicht einfach nur ein Postservice, sondern ist ein mehr oder weniger staatliches Unternehmen und das ist gar nicht so zu unterschätzen. Denn wir haben es hier in dem Fall mit einem staatlichen Unternehmen zu tun und die haben extrem hohe Vorschriften und schauen sich wirklich Dinge genau an, bevor sie da mit irgendwem zusammenarbeiten. In dem Fall haben wir hier zusammen Briefmarken von denen bekommen mit dem Thema Day of Death. War auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Ding und in dem Fall haben wir hier tatsächlich auch die ersten Briefmarken überhaupt auf Vivi gesehen in der Kollabo mit der USPS, aber auch allgemein. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für Vivi hier gewesen. Denn so holt man natürlich auch nochmal ganz andere Leute hier mit ins Boot, andere Sammlertypen, in dem Fall zum Beispiel Briefmarkensammler. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine Erweiterung. Neben zum Beispiel Disney-NFTs oder sowas, extrem interessant meiner Meinung nach und extrem nachhaltig, denke ich mal, auch für beide Partner hier in der Zukunft. Anschließend haben wir ein sehr, sehr großes Event hier bei Vivi gesehen. Und zwar ist nämlich vom 12. bis 14. November hier in Anaheim in den USA die DesignerCon gewesen. Zu der DesignerCon haben wir über drei Tage, glaube ich, so an die 12 bis 14 Drops oder sowas, glaube ich gesehen, auf jeden Fall extrem, extrem viel. Reece hat dazu auch gesagt, dass es mehr oder weniger die schlimmste Zeit war für sie, weil sie so viele Jobs hintereinander hatten, weil das ein extrem großer Aufwand war und wahrscheinlich das Team da wirklich gefühlt die drei Tage voll durchgearbeitet hat. Auf jeden Fall eine extrem krasse Leistung, extrem interessante NFTs, in dem Fall wirklich eher den Bereich Popkulturkunst. Auf jeden Fall eine sehr interessante Richtung hier gewesen. und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie auch bei der DesignerCon im nächsten Jahr in England mit dabei sind. Dort werde ich nämlich, je nachdem, ob Vivi dort auch vertreten ist oder nicht, wahrscheinlich auch am Start sein und mir das Ganze einfach mal anschauen und dann auch dort dabei sein. Dann hat der Dezember angefangen und wir haben direkt wieder einen Licenser dazu bekommen, in dem Fall der Jim Henson Company. Und das ist auch wieder eine extrem interessante Company oder auch Firma, denn die haben tatsächlich mitunter die Muppets dabei. Und das ist extrem interessant, denn die Muppets sind halt auch schon ziemlich alt, haben aber trotzdem eine sehr, sehr große Fanbase und es kennen die Muppets wirklich eigentlich ziemlich viele Leute. Und ja, insgesamt muss man auf jeden Fall sagen, ist das hier auf jeden Fall eine sehr interessante Kollabo und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was wir da in Zukunft an Collectibles, in dem Fall von der Jim Henson Company, hier auf Vivi sehen können. Dann haben wir am 7. Dezember direkt noch einen neuen Licenser dazu bekommen und zwar C2N. Und jeder wird jetzt denken, warte mal, C2N ist doch eigentlich eine Automark. Ja, das ist vollkommen richtig. Und ja, Vivi hat hier eine Kollabo mit C2N, eine extrem interessante Kollabo, muss man sagen. Und hier werden tatsächlich Concept Cars mit Vivi zusammen released. Kann man hier oben auch direkt lesen, dass nämlich hier die erste Linie von Concept Cars released wird auf Vivi und das ist extrem interessant, denn hier wird es wahrscheinlich dann auch noch möglich sein, mit diesen Concept Cars im Vivi-Verse zu interagieren und das wird extrem, extrem cool werden, wenn man diese Concept Cars hat, denn die sind teilweise wirklich sehr, sehr abgespaced und sehen teilweise wirklich extrem cool aus und damit dann im Vivi-Verse zu flexen oder damit rumzufahren, wird wahrscheinlich extrem, extrem cool. Und ja, wir schauen uns jetzt mal einen weiteren Licenser an, denn DS Automobile haben wir direkt noch dazu bekommen und C2N und DS Automobile sind in einem Konzern, nämlich in der PSA Group. Und ja, insgesamt ist hier das Gleiche mit DS Automobile, denn wir bekommen hier nämlich das Gleiche wie bei C2N, nämlich Concept Car NFTs mit Vivi und ja, das ist im Prinzip das gleiche Spiel wie bei C2N. Auf jeden Fall eine extrem coole Collabo hier und auch wahrscheinlich eine extrem wichtige für Vivi, denn so haben sie jetzt mehr oder weniger nicht nur die Collectibles, sie haben auch Briefmarken mit dabei, aber sie haben dann jetzt auch bald Concept Cars mit am Start und das bringt natürlich nochmal eine weitere Herde an Sammlern hier mit auf Vivi, denn es gibt extrem, extrem viele Autosammler oder auch Autofanatiker und die werden sich hier sehr wahrscheinlich auf diese Concept Cars nur so stürzen, denn die sind halt wirklich sehr, sehr einzigartig teilweise und auch wahrscheinlich von der Auflage sehr gering, aber insgesamt kann man auf jeden Fall abschließend zu diesen beiden Licensern hier sagen, dass sie extrem, extrem wichtig sind für Vivi und auf jeden Fall extrem viel Potenzial in der Zukunft haben. Dann haben wir den Showroom 2.0 auch bekommen, jetzt im Dezember am 10. in dem Fall und der ist wirklich extrem schön. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt schon einige Male benutzt und ich muss wirklich sagen, ich bin extrem zufrieden damit. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön gestaltet, auch wenn es wirklich sehr lange gedauert hat. Wir haben ihn jetzt schlussendlich bekommen zum Ende des Jahres und das ist wirklich sehr, sehr schön und auch wichtig für Vivi meiner Meinung nach. Dann haben wir hier auch noch von einem Licenser das erste NFT gesehen, nämlich von DreamWorks und in dem Fall haben wir hier nämlich den Legendary Defender Series 1 Voltron. Ich persönlich kenne tatsächlich Voltron nicht, ich habe tatsächlich am Job teilgenommen, einfach mal um zu schauen, ob das Ganze was ist für mich, ob ich da was Gutes ziehe oder nicht, ansonsten hätte ich das Ganze wieder geflippt. Generell kann man aber sagen, haben wir mehr oder weniger DreamWorks schon länger mit dabei, Es ist jetzt aber sehr, sehr schön, dass wir jetzt endlich mal ein NFT sehen. Hier kann man sich natürlich streiten, ob das natürlich jetzt unbedingt Voltron sein musste oder nicht. Insgesamt aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Partner hier für Vivi und der erste Schritt auf jeden Fall von DreamWorks hier bei Vivi mit dem ersten NFT. Dann war ein weiteres sehr, sehr großes Ereignis, unter anderem bei 12 Days of Vivi, dass wir hier Coca-Cola gesehen haben mit den Schneekugeln. Auf jeden Fall an sich ein sehr, sehr interessantes Ding. Über die Schneekugeln kann man sich natürlich streiten, ob das Ganze wirklich so cool ist oder nicht. Ich finde persönlich, ich stehe da so ein bisschen in der Mitte generell, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Zeichen, dass wir hier Coca-Cola mit im Boot haben und dass wir auf jeden Fall den ersten Drop mit ihnen zusammen hatten. Das Ganze war am 20. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit und wir hatten hier einmal vier Schneekugeln bekommen. Hier einmal die Common mit dem Polarbeeren, der sehr ikonisch ist. Vier Coca-Cola. Anschließend haben wir dann hier einmal die Ankommen gehabt und dann einmal die Rare und die Secret Rare in dem Fall. Das Ganze hat insgesamt 29 Gems gekostet und ich muss sagen, ich finde tatsächlich auch die Secret Rare ein bisschen misslungen, leider. Aber gut, wie gesagt, bei den Schneekugeln kann man sich, wie gesagt, streiten. Insgesamt ist es aber auf jeden Fall ein voller Erfolg, dass wir auf jeden Fall auch Coca-Cola bei Vivi begrüßen dürfen. Dann haben wir ein weiteres NFT von Disney gesehen und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges NFT einfach gewesen, meiner Meinung nach. Und auch ein sehr, sehr cooles NFT gewesen, meiner Meinung nach. Wir haben nämlich hier Mickey Mouse NFT Collection Series 1 Steamboat Willie gesehen. Und wer nicht weiß, was Steamboat Willie ist, Steamboat Willie ist der erste Film von Walt Disney, der mit synchronisiertem Ton überhaupt existiert. Das Ganze ist hier am 22. Dezember gedroppt, insgesamt mit drei Collectibles. Das Ganze im Blindbox, was ich persönlich sehr, sehr cool fand, denn so hatte ungefähr jeder die Möglichkeit, wenn er dort was bekommt, alle Raritäten zu bekommen. Der Preis momentan der Ultra Rare steht so ungefähr bei 5000 bis 6000 Gems. Das Ganze hat insgesamt 60 Gems gekostet. Das heißt, man sieht hier schon, da steckt extrem viel Value hinter. Und tatsächlich ist auch hier die Ultra Rare animated mit Ton synchronisiert, was das Ganze noch sehr viel interessanter macht, meiner Meinung nach. Und ich persönlich muss tatsächlich sagen, das ist für mich auch ein Blue Chip hier unter anderem auf Vivi, denn das ist halt auch einfach ein sehr, sehr cooles NFT. Wir haben ja einmal die Common, die ist auf jeden Fall sehr cool. Dann haben wir einmal die Ankommen, wo Mickey in dem Fall pfeift. Und dann haben wir, wie gesagt, auch die Ultra Rare, die automated animated ist. Und das macht, wie gesagt, sehr, sehr viel aus. Und diese Ultra Rare wird meiner Meinung nach hier auch ein Blue Chip sein. Und es ist auch, wie Trevor zum Beispiel auch schon gesagt hat, hier der Anfang von einer neuen Serie anscheinend, auch von Collectibles. Und wir werden auf jeden Fall sehen, was uns hier in Zukunft dazu noch erwarten wird. Ich persönlich finde das Ganze auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Schritt, dass sie hier mit sowas anfangen, wirklich von Anfang an von Disney. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch in Zukunft dann weitere Mickey Mouse Editions sehen könnten. Zum Beispiel dann Mickey Mouse als Zauberer zum Beispiel auch. Es sind auf jeden Fall hier sehr, sehr viele Möglichkeiten offen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall generell ein sehr, sehr cooles Set. Sehr, sehr coole Collectibles hier in dem Fall von Mickey. Und die Ultra Rare ist natürlich sowieso absolut der Blue Chip hier überhaupt. Wie, wie meiner Meinung nach. Und das ist es jetzt auch hier mit diesem Video. Und ich hoffe, das Video hat euch nochmal gezeigt, was hier wirklich dieses Jahr alles bei Vivi passiert ist. Und was für wichtige Dinge wir hier auch teilweise hatten. Es war wirklich ein sehr, sehr spektakuläres Jahr. Jedenfalls das Jahr, was ich bei Vivi erleben durfte. Es war wirklich noch mehr oder weniger der Anfang von Vivi, finde ich persönlich jedenfalls. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, hier dabei zu sein. Und es freut mich sehr auf jeden Fall, euch hier mit auf diese Reise zu nehmen. Und es freut mich auf jeden Fall sehr, auch euch hier mit in das Jahr 2022 zu nehmen. Und ein volles Jahr Vivi mit euch hier auf jeden Fall zu machen. Wenn ihr mich supporten wollt, aber noch nicht mehr Kanal abonniert habt, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr das noch tun würdet. Denn so werdet ihr auf jeden Fall informiert. Wenn es irgendein neues Video zu Vivi oder irgendwelche News zu Vivi gibt, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und auch unterstützen. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Silvesterfest. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Für alle, die das Video jetzt nach 2021 schauen, wünsche ich euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Kommt gut durch das Jahr. Macht das Beste draus. Und wir machen hier auf diesem Kanal auch das Beste draus. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao.